Herzlich Willkommen bei unserem Let's Play Together DayZ von den Shadowhawks. Hallo. Ich bin hier zusammen mit dem Farsi. Das bin ich, ja. Hi. Und wir starten gleich unser Let's Play. Und zwar möchte ich vorweg sagen, dass immer mal wieder Leute dazukommen und mal wieder nicht mitspielen, weil wir sind eine ziemlich große Truppe und ja, am Anfang sind nur Farsi und ich. Dann stößt der Erik dazu und mal gucken, wo uns das Spiel hinführen. Ja, gefilmt wird aus meiner Perspektive vom Salzstange. Das bin ich. Auch bekannt als Eidos vom Swatter LPT. Und dann würde ich sagen, springen wir nochmal in die erste Aufnahme und wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss denn. So, ja, wir kommen in der ersten Aufnahme. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Was? Hä? War ich ja noch nie. Irgendwo auf dem Hügel in irgendeinem Tal. Hm. Ja. Auf dem Hügel in irgendein Tal. Wir hatten eben schon mal eine Aufnahme gemacht. Oh fuck. Was war das? Aber, ey, das Spiel verzieht so verdammt viel Performance. Das geht echt gar nicht. Okay, ich hab jetzt eine ziemlich hohe Auflösung, aber trotzdem. Unglaublich. Ja, jedenfalls spiel ich jetzt auf normal. Egal. Großen Unterschied macht's nicht, find ich. Ja, dann schau ich mal, wo ich mich hier befinde. Ja, die Idee. Wo bist du jetzt auf dem Hügelrand? Ich bin dabei laufen, weil ich sonst verhungere. Wo bist du? Ich lauf Richtung Küste, vielleicht trifft man sich ja. So. Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich war hier glaube ich sogar noch nie. Ich werde jetzt mal gucken. Na, was haben wir denn hier Feines? Oh, dass du immer so hoch schlendern musst bei höheren Sachen. Höhen Steigungen. So ein Mondpitz. Aha. Toll. Ganz toll. Oh, 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 oh. Green Bay Pepper. Badly Damaged. Rein damit. So, ich bin hier in einem kleinen Dorf. Appa Appa von Papa Nappa. Oh nein, ich will eine Pitchfork. Das ist Mumpitz. Ich bin hier in Onwa. Onwa. Wo bist du? Onwa? Onwa. Nicht Ingwer, Onwa. Oh, na geil. Server Restart. Ciao. Da sind wir dabei. Oh, wir haben ja eine lange erste Aufnahme. Na gut, dann gehen wir mal neu drauf und bis gleich. So, und da sind wir wieder. Geil, bin ja weit gekommen. Oh. Hello again. So, diesen Streets hat es auch nicht so scheiße gelöst. Ah nein. Gut ist für mich. Es riecht nach Essen. Wo jetzt? Im Spiel? Oder in echt? Im Spiel. So. Ich frag mich jetzt nur, warum ich jetzt auf der linken Seite der Straße bin. Aber das ist ein kleineres Hügel. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Alles weg. Geil. Ah. Hier in two wrecks. Und Onwa ist wieder in Sicht. Äh, 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 äh. Ja, ich schau mal, wo ich hier bin. Und der Zombie kriegt welch ins Gesicht. Was hat man hier feines? Oh. Aua. So ein Sack. So ein Sack. Oh boy. Links lang. Nach rechts. Ja. Cool. Ich bin ja näher. Äh. Ah, nach da? Ja, nach da. Ah, ich blute. Und ein Zombie verfolgt mich. Und war. Ein Zombie verfolgt mich. Ich blute. Sack. Hau ab. Zack, zack. Kann man hier fallen? Das ist eine Basecamp. Nein. Nein, danke. Renn. 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 Anlass. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, immer noch ein Stück. Und das Blut fließt und fließt und fließt. So, jetzt aber. Komm, schnell. Schnell. Mach doch. Mann. Ah. Der scheint weg zu sein. Oder? Wieder da hinten? Hm. Ja. Schöner Tag. Oetchen, ne? Was ist Wetter hier? Die Sonne scheint. Die Vögel zwitschern. Das ist doch schön. Der Schrank ist leer. Mein Magen auch. Das freut mich sehr. Spring Hunter pants. Nehmen wir mit. I feel hungry. I feel very hungry. I feel very hungry. Hungry. Und so. Und so. Heißt, stomach-gram-Bilz. Ja, meine auch. Und da findet ihr eine Dose Spaghetti. Und da findet ihr eine Dose Spaghetti. Das müsste die Fabrik sein, wenn du das einmal warst. Was ist wo? Ja. Da kommt auch erstmal rein. Die Fabrik. Da. Bei Opnoboy. Wenn du in die falsche Richtung läufst. Nicht Richtung Airport. Oder in eine andere Richtung. Da kam doch die Fabrik. Da bin ich jetzt gerade. Genau. Zum Sachen finden erstmal für den Anfang. Gar nicht schlecht. Gut, gut, gut. So. Da hat er sich erstmal die Spaghetti einverleibt. Gucken wir mal weiter. Eine Pipsi. War auch mit. Achso. Ja. Ich bin die Salzschwange. Halte. Eidos. Wie auch immer. Das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Ich glaube, das habe ich bei der Vorstellung vergessen. Ja. Und ich bin Fossi. Oder auch der HWD. Oder wie ihr wollt. Ich bin auch ein Pipsmensch. Ähm. Ja. Und ich wollte nochmal sagen, warum es überhaupt zu dieser Aufnahme kommt. Waren natürlich vorhin gut dabei. Aber irgendwie habe ich mich dann ausgelockt. Und wieder eingeloggt auf dem anderen Server. Und alle Sachen waren weg. Fossi hat dann geguckt auf dem alten Server. Wo wir uns ausgeloggt hatten. Ob ich da liege, wo ich mich ausgeloggt habe. Nix. Einfach weg. Einfach Sachen. Ciao. Und ja. Dann haben wir uns gedacht. Damit so ein... So ein... Mumpitz. Mal festgehalten wird. Machen wir nochmal eine Aufnahme. Ja. Und ich habe eine Blaize 95 Double Refil gefunden. Fast diese Viecher. Ich habe noch Klipplauer. Das ist nicht blauer. Echt? Ja. Und Klee. Und ich habe noch Scheiß nicht unterf problema. Ich habe noch Klipplauer. Ich habe noch Klipplauer. Das ist nicht blauer. an hier liegt nix verdammt oder ich sehe nix du siehst nichts wie immer scheiße da ein Vorarbeiterhelm Vorarbeiter ich bin Vorarbeiter hoch Ruhl gut sich ganz wichtig oh ja wie oft man den schon gebraucht hat und er hat oder auch schon doppelt gebraucht hat ja eine Säge kann ich leider nicht mitnehmen ich bräuchte eine ruckelsacke die Tür bleibt verschlossen das ist gut und Server down nur bei dir down gerade beenden was ist eigentlich los das war doch gestern nicht so das ist seit heute ich hab keine Ahnung die Säge kann sein dass ich eine Axt ich hab meine Lahnverbindung gehend hat könnte daran liegen 8 Warte auf Horst Warte auf Horst Warte auf Horst Machete ich bist halt da ist er wieder ach komm wir werden nicht mehr von Zombies getroffen und ich stehe mal wieder vollkommen neben ihr heißen so nass gar nicht das kenne ich irgendwoher so jetzt aber Tür öffnen da ist das schön heißt du mag Kumpels hier liegt nix hier liegt nix Mann wenn er hab ich schon mal ne Axt da hat er noch mehr happa happa aufwitzgetüppel ja und da findet er noch na du Sau na du auch oder was Herr Palte ja soll ich ihnen eine Splitting Axe mitbringen hab ich grade entdeckt ja ist es gut oh da piss dich ha ach voll hin ha voll hin ha voll hin komm ja affen weil diese forken vorken vorken nur aufmachen im Vrench Mensch! Wollen wir da mit Dosen aufmachen? Seit der Oxt kannst du Dosen aufmachen. Nee, mit dem Wrench, mit dem Schraubenschlüssel. Hallo mein Kleiner! Da geht man in ein Haus, erwartet ein... ...ein grimmiger Bewohner des Hauses. Mach den Kopf zur... Ich blute... Da bin ich denn... Ich blute... Ähm... Wo ist eigentlich mein Dosen? Langsam könnte ich auch mal was zu essen finden. Hä? Open with eggs. Open with eggs. Open. Dann renne ich jetzt mal weiter. 36% Inhalt. Ja sicher! Und für ihn Hungry, ja ich weiß doch... ... 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 und rein ins nächste haus oder ach ich dachte gerade liegt ein ransen im ransen ist cool tage wo ist hier liegt ja nix alles leer gelottet leer gelottet das war grad serverneustart ja jetzt war sehr schnell das geht ja hier sind die türen aber auch schon auf das macht mir ein wenig sorge hey keule na mensch oh da kommt schon der nächste angestratet verschwindet einfach im nix hören sie gut die viecher kann den berg runter geranden verschwindet einfach hallo 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 wieser wasser fack ii mischt Und auch in diesem Horst sehen Sie nicht. Richtig. Doch. Was haben wir hier? Eine Pudelmütze. Haben wir da? Ein Buch. Und da sind wir aus... Was? 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... 20.000... Ah. Inspekt. Oh, hab ich hier nicht im Doktor im Brunnen gesehen? Hä? Also es ist ja verkehrt rum in der Vorschau. Was ist das denn für ein Fail? Was? Ein Buch. Ich kann das gar nicht lesen. Ich hab hier doch eben irgendwo im Brunnen gesehen. Wo war denn das? Yep. Die Autos ist... Nichts. Ja... Unf changed. Nichts. Nur intuit es braucht nichts. bloß die Wurst du hast die ich nicht wusste ich bin auch hier auch in auch in waren ich finde ja einfach nur scheiße nix finde ich einfach einfach nur nix ich gebe mir was zu essen und zu trinken eine Kanne Beans das ist doch schön rein damit rein mit der Kanne hinein damit herunter damit oh und beides weg das ist doch wunderschön Wunderbärchen Wunderbärchen? Rotten Potato Nix Hallo Herr Zombie wo möchten Sie hin? noch einen Nix 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 Dumpf Füße auch die Boots Nix e da bleibe ich lieber athletisch ich bin nicht mehr gearbeitet was hab ich endlich verschwunden die guten Jungle Boots Jungle Boots und was die Kinder fallen ist H. Schöne Sonnenbrille ja so muss das sein ich hab Prachtkerl Auja das war Maus da hinten ist noch ein ein Schitterlos Schitterlos Schellos Maximus Deferdus was haben wir hier ein Green Check T-Shirt auch sehr schick sehr schick hübsch hübsch ja ein 357 Schnapp-Loader nicht zusammen machen aha aha äh ja eine braun Bignette er muss richtig hier muss richtig auffallen hier immer noch mal in den Stallus malus rein und dann kommen wir zu dir lieber Herr Wossen das finde ich sehr angenehm ich bin gleich an der Kranstadt 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 mit dem Haken und mit den Kränen halt strellofst strellofst poffst um rechts die auch immer ja ja genau hallo oh 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 schon wieder Bienes und einen Chest Holster badly damaged naja besser als nix und rein mit dem mit dem mit der Kanne Bienes oh man dieser Onkel Obben und dieser Knusperknut soll mal aufhören die ganze Zeit das Spiel zu starten und wieder zu beenden wo war denn jetzt diese Stallus malus da war er ist hier noch auuuu eine Notacola rein damit ja die Stadt sieht sehr ruhig aus da steht ein Zombie hallo hallo aber hier hm nee oh da sehe ich doch einen schönen schönen Hut schicker Mann wo hat Helm nee Blue Hoodie oh yeah mag man das nicht auch in Rex machen oh ja oh ja oh ja die nehm ich ha 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 man sieht das scheiße aus aber das hier ist auch kein schöner Wettbewerb nee doch doch das muss alles schick sein krieg sein Black Cargo Pens damaged mh egal mitgenommen mh wo Jogo durch. Stammt. Ah, ach. So. I'm coming to you. Come to me, Juhu. I'm coming home. I'm coming home. So, da hat er erstmal seinen Helm grün angesprüht. Wie, das geht? Ja, das geht. Ist ja voll geil, dann kann man die auch schwarz machen. Ja. Das ist natürlich sexy. Oh, schade, dass ich das Long Range nicht grün machen kann. Passen zu meiner Mosi. Ich von hier auch schon. Oh, da ist erst das Baustein, Beu und Bericino. Oh, ist ja noch Ewigkeiten hin. Fuck. Oh, da kommt ein Zombie aus dem Nichts angestratzt. Oh, da kommt ein Zombie aus dem Nichts angestratzt. Oh, da kommt schon der Zweite. Strassen, 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 strassen. Ja, hoppala. Nächstes der Hunger und der Durst, erstmal müssen geschickt. Mensch ist ein richtiges Familientreffen hier. Ist das deine Schwester? Ihr sieht genauso scheiße aus wie du. Weg, wie ich blute. Woher? Oh, was war das? Was eine schöne Aussicht. Das zeige ich dir. Sehr, sehr hübsch hier. Oh, ein roter Haken. Bei dir auch? Nein, bei mir ist alles schön. Okay. So, ich wage mich dann mal in die Stadt hinein. Die CD. Welche denn? So, strell auf, taff, taff. Ja, ja, genau. Denk war in Hafenstadt. Hafenstadt. Ja, gut, dann komme ich da auch mal hin. Dann renne ich jetzt mal in die Küste. So, ich würde mal so behaupten, ich verschanze mich im Polizeigebäude. Wo ist denn das Polizeigebäude? Da, wo die drei gelben Autos vorstehen. Na, äh, Hauptstraße? Da ist ein Spieler, ja, genau. Spieler? Ein Spieler. Und ich renne, 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 renne im Sause-Schnitt und nehme die Liebe mit. Weil ich renne, 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 renne im Sause-Schnitt. Achso. Manchmal düse ich aber auch im Sause-Schnitt. Ja, ich bin schon fast geflogen. Ah, das ist ja noch ein Ülzer Weg. Hinten ist gerade mal der Schornstein. Ich muss schon wieder... Aha, na komm, komm mal mit, mein Junge. Äh, äh, äh. Viele Spieler drauf? Bitte? Sind dir viele Spieler drauf? Hm, zehn. Sind bestimmt alle am Airport. Ah, alle außer wir zwei und einer, der gerade lang gelogen ist. Ich hoffe... Aaaaaaah. Gott's mir hier nicht in den Rücken, du Sau. Ey, der ist schneller als ich. Wie macht der denn das? Nee. Nee. In Ruhe. Alter. Was will er denn? Hau da ab. Geht doch. Sodele. Sodele. ich bin ich an der küste dann muss ich noch ein kleines stückchen nach oben rennen das heißt kleine stückchen noch ein ganzes stückchen nach oben rennen und dann bin ich bei dir das hört sich aber schon mal gut an ja endlich wenn da nicht wieder so ein scheiß mit dem auslocken passiert dann soll alles tutti frutti ich bin jetzt schlechtes verbindungsding klar ja ich habe jetzt eine gelbe kette und sind rote kette heißt das wort verschwindet immer wieder jetzt ist er auch wieder weg aber hier trinkt schon wieder irgendwer die ganze zeit das verstehe ich auch nicht warum die so eine scheiße einbauen wenn ihr gerade in einem nadelwald sind das einfach doch die tannen die zapfen ja was ach ich warte auf dem bus ich habe keinen bohr mehr zu rennen ach ja genau setz dich mal da rein ach kommt keiner ich frage mich wann die fahrzeuge implementieren das ist eine gute frage das ist eine gute frage ha 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 scheiße ich hab keine Muni was mach ich jetzt ich hab Muni gefunden aber leider nicht meine oh 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 ich hab mich zu ja scheiße Zombie nein lass mir Ruhe lass mich holen Aua geh weg geh weg ist weg wo ist der spieler 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 hier zu EIN was frag ich mich hier auch wo ist der spieler doch abgut zami jetzt schon weg ja da hinten rennt er hö 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 ausgetrickst tüüüüss tüüüüss t t t schlussene fps-einbrüche hier Mannmann und da kommt der Zombie auf mich zugelaufen ich glaube es nicht erhebt jetzt schon mal das Schiff das ist gut das heißt du hast es nicht mehr weit ich äh ich bin lustig aber wenn ich hier irgendwie ein paar Dosen gefunden hab dann lott ich erstmal nicht sondern komm erstmal zu dir das war das wichtigste jawohl das war das wichtigste das hat Priorität das ne Clowns Maske Belle's Mask oh ja schön aus dem Hut raus geil ich brauche aber was zu trinken hier haben wir noch irgendwo nen Brunnen das weiß ich noch die waren wir ne 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 ich schau mal kurz auf der Karte nach eine Momentus so oh ja da muss das das ist die Phase da müssen wir schon vorbeigerannt muss irgendwo da hinten sein Eigeil hier ist ja auch einer ich renne jetzt einfach bis zu dir durch fertig was hab ich mit dem Spieler hast hier nochmal entdeckt ich hab ihn noch nicht wieder gesehen bin aber auf der Suche nach ihm da ist echt nicht so weit vom Schiff aus das ist echt nicht so weit vom Schiff aus da ist echt nicht so weit vom Schiff aus hier oh man hat so wie wenn echt schon was Feines der schon ja schönes moped oder so das hätte auch gesicht gesicht so ein richtiges clowns gesicht also ein schöner blackhawk helikopter wer weiß bis wann das implementiert ist das kann noch ewig diesen spiel das wetter mit im wahrsten sinne ja ich hasse erst wenn es regnet lauf forest lauf eine stückchen noch ein kleines stückchen noch ja genau chill erstmal eine runde hier meine damen und herren an diesen komischen penisfelsen hier da würde ich ganz vorsichtig sein ich würde da nicht runter immer schön außenrum rennen wenn man eine stunde mit dem Herrn Erik verbracht haben wir nicht mehr raus meine Güte jetzt habe ich aber fast ein bisschen schreck gekriegt die so ich sitze hier auf meinem kleinen hügel betrachte die natur durch mein schönes long range und auf einmal sehe ich nur einen kopf ganz ganz nah bei mir wo auch immer dieser zombie herkam und warum er wusste wo ich war wohl in Frieden du Arsch 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 das machst du nicht nochmal du da steht mal fest und ich düse 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 im Sauseschritt und nehm die Splitting-Achse mit was macht denn hier rennen ein Lusau ein Lusau ein Lusau ein Lusau naja befinden mich was soll ich Essen gefunden geht's dir besser mir geht's besser ja aber wo du es gerade sagst mein Essen ist auch schon wieder weg und da kommen schon wieder zwei Zombies und da kommen schon wieder zwei Zombies jetzt müsste ich aber langsam mal ankommen hier stratzt hier und stratzt und stratzt eins muss man den Charakteren aber lassen hier wir werden nicht müde ja das Game ist pur auf Simulationen ausgelegt aber stratzen können die bis zum Ghetto immer weiter immer weiter bis zur Unendlichkeit noch viel weiter ah da hinter dem Küstenstück da müsste so die Stadt sein Osti ich komme das hört sich gut an hast du denn was zu trinken für mich? leider nicht schade und ach ja wunderschöne Natur immer äh jetzt haben wir auf dem leisen na das ist ein Suizid-Zummi der wartet auf den Zug und mit dem Jungen auf ins Getübe nimm den mal mit nimm den mal mit komm komm nimm mal schön der roten Nase nach hier nimm den mal schön der roten Nase nach hier das sieht doch gut aus das hört sich sehr sehr gut an und da seh ich schon die Schienen durchs durch die Bäume schimmern und wir kommen in Svetlojarsk soll das auf jeden Fall heißen die Karte nehm ich jetzt mal offen bist du genau? ich müsste gleich hinter dir sein wenn du die Stadt schon betreten hast wie hinter dir? hinter mir? äh? also ich renne grad nicht die Straßen lang sondern die Schienen obwohl die Straße ist zu links neben mir ja ich bin jetzt auf den Schienen und da sehe ich den ach wo warst du denn? ich bin einmal aus rumgelaufen ach so hallo Fossi hallo hallo endlich so dann lass uns mal auf Happy Lou Tour gehen auf jeden ungrig und Durstig ist auch wieder und da kommt der erste Schombie ähm ja au voll ins Genick oh nicht so nah ran meiner eigentlich ist der mitgekommen? ne ab ja zogen über das war das Genick das hat man gehört es soll wissen voll in Schädel rein und das war's für ihn äh Moni 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 Monik was wir mit der Baustur perpendicular 7 6 2 mein 50 das ist die normale ohne Quatsch das ist doch geschlot, oder? aseg efficiently selbst installiert dir den Städter oder feiner ist auf jeden Fall schon mal zwei Schuss schnappen oder ab in der Oda aber wir hatten noch ein so er möchte auch ein Gewehr ansprühen hier ist die grüne Farbe auch so nicht voll, das sieht doch gleich viel schicker aus jetzt müssen wir einen packen Farbe oh, sind wir mal, ja müssen wir nicht in die Ladung geben ja, klar so dann gucken wir doch mal dann sehen wir hier wen immer als Kugelfutter rum niemand zu sehen, das hört sich gut an hallo auf dem Dach lagen auch mal Sachen, oder? ja, manchmal aber nichts Atmen, Raum, das hast du schon drauf? nee, aber da liegt wenn überhaupt eine Spitzhacke und Vorarbeiterhelden solche Sachen Boah, Arbeiterhelden da lohnt es sich mehr, wenn wir hier weitergehen und in die ja, was sind das? Hangar Lagerhallen ja was ist eigentlich mit diesem großen Familienhaus ja, Wohnhaus ich war doch noch nie drin da war es drin? es ist eigentlich mit dem und ich wenn w w w w w w w w Vielen Dank.